Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge über Kettel und Kops. Wir machen das dann weiter das Gras ist immer grüner. Das mal kurz fort. So um zu sehen was da kommt. Wir haben gerade mal Gras gemäht. Und jetzt denke ich mal, dass wir da zittern müssen oder Heu oder? Keine Ahnung. Irgendwas. Irgendwas. Irgendwas schauen. Ich habe einiges Einstellungen verändert. Aber die Musik ist zu laut. Mikrofon gut zu hören. Bei der ersten Folge muss ich dann mal reinhören. Ich hoffe das klappt. Die Karte wird gelahmt. Mal schauen. Wie lange dauert. So. Auch hier kannst du den Schwatter zunächst den Arbeitsmodus bringen. Danach kann die Arbeit beginnen. Zunächst am besten zwei Bahnen außen herum. Dann wieder die langen Bahnen. Sei besonders sorgfältig beim Schwarten. Denn wenn noch Heu auf dem Feld liegen bleibt, hast du erstens weniger für den Verkauf. Erst Verkauf des guten Heus. Und zweitens kann das Gras runterholen die sie gut wachsen. Na gut. Arne Produs. X. Denken man nicht. Lenkung geht nicht. Aber doch. Spät. Also ich habe Lenkung aktiviert. Aber leider umgekehrt. Gut. Dann muss ich mir näher mal gucken, dass ich das ändern kann. Mal hier äh. So kannst du. So kannst du. So kannst du. So kannst du. Dann ist nicht schlecht. Junge. Guckt mal was einstellen. Ultra Schatten. Steuerung. Klappt nicht sowieso. So. So, das ist das Lenkrad, kalibrieren. Fertig, so Gas, VG, Break, Clunches kuppeln. Und Break ist, keine Ahnung, Bremse, ne? Speichern, Kuppeln brauchen wir nicht. Bewegung, vorwärts, ja, Fahrzeuge, normalerweise müsste es klappen. Oder war das hier ein W, ist vorwärts, ja, eigentlich hat es geklappt. Mal gucken, dass wir... So, haben wir getauscht. Bernd, nee. Gut, dann haben wir hier... Normales Gas, Statur, ne? Andere, wenn wir mal einsteigen an der Ruhe. Ja, wir sollen außen herumfahren. Aber dann, wirklichkeit, ne? Na. Wir fangen da oben an. Wie ist ein Vogel. So, kann man nicht... Also ganz, ich bin auch nicht zufrieden. Ich wollte gucken wegen Automatik, wenn es geht. Dann wollte ich nie wissen, was korrigieren. Das wir hier parallel zum Feld sind, ne? Sonst bringt es hier auch keine Punkte. Das dürfte... Nicht so ganz hinten hören. Nochmal, so. Ja, wenn ich vorwärts angebe, dann vielleicht Gas. So, Automatik, haben wir drinne. Dann... Anschalten. Mach das nach außen, ne? Das ist ungünstig, ne? Das ist ungünstig. Wir werden drüben anfangen. Denn außen... Soll ja eigentlich eine Bahn werden. Hoch und runter. So, ganz kurz mal korrigieren. Okay. Immer zuerst ein bisschen zurecht finden. Versatz. Ach so. Geben wir mal den mittleren Tricht, den gelben, in der Mitte von Traktor ungefähr. Und dann gehen wir mal ganz kurz, äh, Richtung... Kann man ein bisschen weiter sein. Und dann werden wir hier, 90 Grad nicht. Die Richtung ändern, so ganz grob. Den Strich mit dem mittleren. Wir werden so machen, dass wir jetzt im Prinzip jetzt hier, äh, genau. Feldrand, äh, so. Den Tempomaten, ne? Aber die Arbeitsbreite... Könnt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Arbeitsbreite. Und jetzt passt. Jetzt können wir die Tür wieder versetzen, ne? Außen. So. Runter mit den Burschen. Und... Tempomat rein. Tut ihm doch nicht alles, ne? Du bist noch ein bisschen nach rechts. Nur ein bisschen. So. Jetzt nehmen wir alles mit. Oh, ich soll einen Ballen pressen, das ist gut. Irgendwie ist er eben noch nicht optimal, ne? Dann werden wir ganz aus mit dem Ballen pressen, das mal langfahren. Das sollst du probieren, ne? Also bin ich noch nicht ganz zufrieden. Weil das ist nicht perfekt. Und dann Tee. V. Und dann Tee. Ja gut. Ist halt so, ne? Wenn man halt links nochmal einen langziehen mit der Bahn, beim Schwacken, beim Pressen, halt, ne? Ich dachte, Lenkung funktioniert einigermaßen, aber anscheinend ist das wohl nicht ganz optimal, ne? C. Geht auch nicht hergäng. Ich hoffe, der Ton passt. Aber sollte eigentlich passen. Bei der Hauptsache kommt kein Regen auf, ne? Also es ist dunkel aus hier. Da hätten wir ein Problemchen. Kleines. Ja, das Szenario ist zweiter mittlerweile. Und ich will eigentlich zuerst Szenarien fertig machen, komplett. Nehmen bei, werde ich dann noch, äh, eigentlich zu tolles machen müssen. Und andere Dinge hier im Spiel, die dafür halt mobilisiert, ne? Also Aufgaben. Aber. V. C. Ja, die Arbeitsbreite passt noch nicht ganz. So. Mal gucken. Arbeitsbreite. So. Und. Einmal von neu, ne? Die müssen dann bitte nach rechts. Fangen wir mal zurück. Bremse rein. Und, äh, nochmal. Äh, ein bisschen nach rechts fahren lassen. In dem Fall an links. So wie komisch. Oder meint der, hehehe, vom Fahrzeug aus. Also kann auch nicht sein. Na gut. Äh. Soll auch nicht siegen bleiben, ne? Das ist ja. Was ja so gewünscht wird, ne? Ja, 100%. Geht's nicht, aber gut, okay. Ist ja nur ein Szenario, in Anführungszeichen. Also. Ich würde eh kein Reum machen zu verkaufen. Ich würde eher mal in der Scheune einlagern. Zum späteren, äh, Gebrauch. Als eiserne Futterreserve, ne? Falls man ganz grasig wächst, ne? Kann ja mal trocken sein. Dörre zum Beispiel. Also perfekt ist es noch nicht. Also das ist ja. Leider. Na gut. Es. Und Bau. Ich will mal die erste Folge nicht so lang machen. Das kann sein, dass ich das normal machen muss. Also zumindestens die Folge. Dann seid mal schüch und schüch auf. Jo. Hoffentlich hat euch Spaß gemacht, ne? Ja. Und nochmal schön Dank fürs Reinschauen. Liken und abonnieren. Tschüss. Tschüss.